Giorno Lorenzo! Was ist denn hier los? Signore Walter. Wacht ihr zu? Ja, Schluss mit Gastronomie. Wir gehen zurück nach Italien. Francesca hat gar nichts gesagt. Im Pfingsten haben wir telefoniert. Tut mir leid, Signore Walter. Wir hätten Ihnen Bescheid sagen müssen. Aber es gab eine Menge zu tun. Sie klang ganz fit am Telefon. Sie hat ja gar nichts angemerkt. Ja.